Herzlich Willkommen zu einem neuen Modus von Resident Evil 6 und zwar Predator. Ja, wir spielen das hier zu viert und der Stormy ist auch wieder dabei. Jo, ich bin Star Micro. Und es geht darum, da ist man einmal dieser, wie heißt der noch? Ustanak. Ustanak, das ist ja dieses Monster, was wir mit Jack bekämpft haben. Und einmal ist man Mensch. Aber schaut selbst, bevor uns die anderen wieder weglaufen hier, spielen wir das einfach. Bin ich übrigens auch nicht so gut. Ja, zumindest wenn ich den Ustanak spiele. Meistens habt ihr mich dann schneller platt als ich euch. So, wer ist denn Ustanak? Ach, hier ein Fremder. Okay, dann haben wir noch eine kleine Chance. So, der Ustanak startet von dem Bus da oben. Ah ja, ich zeige es aber, ich habe wohl nicht mehr Hilfe. Ja, deswegen. Also, okay. Ach, Stormy hat eine Lady genommen. Na, da ist er schon. Oh, da kommt er schon. Nimmt Anlauf. Oh, Power Up. Ja, wo wird er hin? Sag ich doch. Mich greift er als der Erste wieder. Lass mich. Lass mich doch los. Ja, ich glaube, ich bin fast tot. Noch nicht ganz. Wo ist er? Ja, einfach, ja. Hat mich auch. Ich schieße jetzt mal weiter. Ah, mir wird geholfen. Das ist sehr schön. Jetzt wollte ich mal hier wieder. Ich hier mal ein Pilzchen kriege. Warte, ich komme. Hier. Äh, da. Kriegste Pille. Aber der hätte einen auch töten können, ne? Ist der dann eigentlich tot? War? Naja, nee. Ich konnte ja noch um einen nehmen. Jetzt habe ich keine Schrot mehr. Na gut, muss ich die andere nehmen. Jetzt habe ich auch keine Handfeuerwaffe mehr. Ist ja schrecklich, aber wartet mal, Leute. Ich sehe hier, äh, hier wird eine Waffe angezeigt. Ja, das ist aber seine Waffe. Wen seine? Seine Waffe. Also, vielleicht hat der auch eine Waffe. Ja, die kann ich aber auch nicht. Das ist nicht gut. Nee, war das nicht so, dass man, dass man hier dann sich, ne, äh, das ist doch die übelste Magnum, glaube ich. Die man sich dann holen kann. Nee, er kommt eine, äh, kommt eine, äh, okay. So, zweite Runde Stormy ist er. Shit goes heaven. Stormy, äh, Ja, die kann, äh, Osternach kann sich die holen, aber einer von uns kann sich die auch holen und dann hat er einen übelsten Magnum. Nee, das ist kein Mann, das ist ein Schrocken. Oh, er kommt an die Wand, geh weg. Nein, 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 wieso willst du denn hinter mir her? Blöde Sau, lass dich los. Scheiße, was er war. Boah, schmeiß' da mich hier voll durch die, durch die Geh. Ich bin zwar am sterben, aber, hör auf so rum zu wackeln. Oh, der Kumpel hat mir geholfen. So, wo ist er denn? Hallo, war dich, ach, bewegen. Äh, hä, ich stehe hinterm Zauern, da siehst du es nicht. Irgendwas quietscht doch hier so komisch. Ach, das ist der Agent. Ach, nee, das ist dein Gerät. Wieso kann ich denn hier nicht rüber? So, warte mal, ich hab jetzt hier irgendwo... Okay. Wie Leon immer macht, eh, hä, hä. Okay. So. Komm, Leute, das war erst gut, bin ich bei Runde, aber okay. Das war Runde 2. Ja, ich bin wieder natürlich der Letzte, der das Vieh spielen kann. Aber na gut, ist nicht so schlimm. So. Da hinten ist er. Aha. Da läuft er. Oh nein, da kann er hier reinrennen. Oh. Oh nein, da kann er jetzt nicht so schlimm. Ist ja wohl. Hilfe. So, mein Freundchen. Ja. Ja. Jetzt haben wir ihn besiegt, ne? Mhm. Ach ja, also das wird mir jetzt wahrscheinlich auch passieren, wenn ich den spiele. Ich muss erst mal gucken, warte mal, ich werde glaube ich auch, äh... Schießen kann ich doch auch, ne? Ja. Ja, aber nur, wenn du da sein Ding aufhimmst, sein Schwungstand und den 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 ich sein Ding aufhebe. Ja. Von der Waffe, ja, von meiner Zeit. Okay. Okay, ihr Schweine, kommt her. So. So, da hier führst du mal. Wie wär's mit Hilfe? Wie wär's mit Hilfe? Wie wär's mit Hilfe? Ja. Ich brauch Hilfe. Nüschtest, Piers, ich hasst dich. Kriegst keine Hilfe. He. Wo hängst du mit dem? Ich hau ihn. Äh, du Schwein. ich mach doch nur den Schroffendig kaputt ich denke mal da hast du ja keine Probleme mit Nein, die ist kaputt endlich mal. Nein, kaputt. Mach mir Waffe. Oh, Granatwerfer. Wo bist du? Da, hab ich selbst. Selbst ja auch damit. Ah ja. Aber dafür habe ich auch zwei Gegriffe. Ja, das war's schon. Ging kürzer als wir dachten, aber ich glaube es reicht, um euch mal gezeigt zu haben, wie dieser Modus funktioniert. Und ja, ich bin sogar Erster da unten, wie ihr seht. Das ist zu beachten. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.